Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste, zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt, Pempler und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adern, zum Leben erweckt durch diese Maschinen. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt, einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaben. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdick und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Myers. Und das ist meine Geschichte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2. Zum Prolog. Okay. Fangen wir mal an. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht zehn Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Okay. So, du bist jetzt... Subjekt 16? Wollen wir einen Vorgänger? Spindchen! Nochmal! Sieh, sieh, verhör aber! Es ist ein Junge! Oh, Liebling, es tut mir leid. Ich war in der Bahn. Ich war krank, als ich es erfuhr. Komme ich etwas zu spät? Gebt ihn mir, Giovanni! Meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also kämpfe! Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Und das ist die Geburt gewesen von einem neuen Assassinen. Ja, was? Ich brauch einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Und wir kommen hier wirklich raus? Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Bleib bei mir. Hey! Sie haben hier nichts zu suchen! Öffnen Sie die Tür! Ich mache Meldung! Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole! Zwischenfall im Forschungstrakt! Komm, Desmond. Gehen wir! Die Arswände! Schick! Jetzt wissen wir, wo Lucy das Blut her hat. Was tust du denn, Desmond? Mir nach! Sieh dir das an! Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Vorsicht! Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Da hätte man doch eigentlich ein paar Etagen noch mehr reinpacken können, oder? Ist das ein Animus? Vorsicht! Sektion 3. Was? Wie viele gibt's denn davon? Bleib bei mir! Sagt man Animusse oder Anime? Was denkst du, Lucy? Lucy! Wofür brauchen die so viele? Desmond! Halt einfach die Klappe! Bitte! Mist! Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment! Scheiße! Komm schon! Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und Dieter. Die Templer. Sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? looking seit 20 Tonnen superstarern? N Dub upper. So, wir betteln uns hier mit der Wache. Okay. Die Lucy ist wirklich gut. Rein. Im Ernst? Zu deinem eigenen Schutz. Oh, Mann. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Alles klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahrt gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen, ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings, er lernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay. Bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich hab die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. Sieben Jahre ist das zu glauben. Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier. Habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich gucke mir gleich mal den Code an. So. Dann unterhalten wir uns mal mit den Leuten. Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus. Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du so weit bist. Dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Sorry, keine Zeit. Hey, also ich wollte mich nur bedanken. Und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke. Und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Kot an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Sicker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Du wirst nur besser werden. Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch. Tut mir leid, Desmond. Ich habe zu tun. Wir können uns später unterhalten. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbank-Eintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten, ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Hallo, Desmond. Hau ab. Das ist echt ein Arschloch. Okay, wir haben jetzt mit allen geredet. Dann schwinge ich mich mal in den Animus. Und dann geht's auch schon wieder los. Sagt, wir sind jetzt noch im Polo. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du? Ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Ja. Dann seht ihr mal. Mal gucken, was es uns bringt. Ah, Aktion beendet. Okay. Republik Florenz 1476. Und wir haben zu gehen. Und da sind wir. Oh, ein bisschen. Okay. Und da sind wir. Wir sind noch ein paar Ideen. Und da sind wir hier. Wir sind noch ein bisschen. Wir sind noch ein paar Ideen. Ich habe den Saal geschaut. insieme per la vitoria bitte ruhe meine freunde silenzio danke wisst ihr was uns heute hierher führt ehre hier die patsy schändet meinen familiennamen und zerrt uns zu sich in den schmutz mit dem unsinn idiot gerade sprachen wir noch von dir ich habe ich nicht hier erwartet ich dachte die patsy überlassen anderen die drecksarbeit deine familie ruft doch die wachen wenn es ärger gibt du feigling angst die dinge selbst zu regeln deine schwester schien recht zufrieden mit meiner art die dinge zu regeln so wäre die patsys männer bekämpft 2 BANG 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 B ZEK, ZEK, ZEK ZEK, ZEK ZEK, ZEK 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 Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen einfach alles mit. Ja, da wir ja im ersten Teil gar kein Geld hatten. Ja, also Bezeihte eigentlich nicht so gut hier. Die Kollegen. Danke für euren Lohn. Oh, okay. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Jemanden verletzt. Ich habe... Bentrovato, dottore. Hm, die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Ach vor, Ditti. Das war's auch schon. Und jetzt verschwindet hier. Grazie. Hier lang. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, Sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja. Ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hm? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Dann auf drei. Dann auf drei. Due. Tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Komm, du Schildkröte. Na, wer ist hier eine Schildkröte? Komm jetzt. Hier entlang. Wohin gehst du? Warte. Ja, das ist erstmal wie so eine Art, so kleines Tutorial hier. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Äh. Das Beste. Möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ubisoft präsentiert... Assassin's Creed 2. Und am Apparat, euer Tommi für euch. Äh. Und... Wer sehen, werden sehen, was das letzte Baller bringt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim... Bis zum Sehen, wie ich, äh, beim Spielen. Was? Ezio. Lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Ja. So. Dann. War's das für die erste Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020